Hallöchen, ihr war Nausen da draus und damit ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Gaming News in der 29. KW. Diese Woche geht es unter anderem um Dead Rising, GTA 5, Vikings, Hearthstone und Cossacks in den News, in den Releases. Lasst euch überraschen, was diese Woche alles rausgekommen ist und viel Spaß dabei. So, da kommen wir direkt mal zu Dead Rising. Und zwar soll Dead Rising 1, Dead Rising 2 sowie Dead Rising 2 Off The Record eine Remastered Version bekommen. Und zwar soll die Dead Rising 1 Version für Konsolen und PC entscheiden, Dead Rising 2 und Dead Rising 2 Off The Record nur für PS4 und Xbox One. Und angeblich soll es am 13. September 2016 erhältlich sein, wenn man es glauben mag, dass es im Xbox-Tore ein Dead Rising Triple Pack gibt mit dem Erscheinungstermin am 13. September. GTA 5 Online ist das nächste, worüber wir reden. Und zwar wurde entdeckt, dass wohl in dem Quelltext oder in dem Code gewisse Sachen zu einem Biker DLC, Biker Update, wie auch immer, Hinweise existieren. Und zwar hat das der User Tesfans2 oder Tesfans2 entdeckt mit gewissen Codes und es bleibt abzuwarten, ob dieser Biker DLC kommt. Deswegen, man muss jetzt natürlich die nächsten Wochen erstmal abwarten. Vikings, Wolves of Midgard. Die nächste News. Es wurde bekannt, dass Calypso Media und Game Farm ein neues Action-Rollenspiel namens Vikings Wolves of Midgard entwickeln für die PS4, Xbox One, PC, Mac und Linux. Es soll Anfang 2017 erscheinen. Natürlich. Und man kann vorbestellen mit einem Rabatt von 15% und einem Zusatz-DLC, der dabei ist. Mit einem Outfit für Krieger, Schildmeid, Tattoo, Haarschnitte, bla bla bla. Dieses Spiel, es geht darum, dass man in der Rolle eines Häuptlings einen eigenen Clan in den Krieg gegen die Zerstörerin Fimbul Winters schickt, um die Zerstörung Midgard zu verhindern. Die Spieler werden mit Schwert und Magie in die Schlacht ziehen und dabei trifft man auf riesige Jütun, Untote und zahlreiche Bestrehen, Rackenrücks. Man wird mit Schilde, Schwertern, Zweihandhämmer, Zweihand-Exte und Bogen kämpfen, Bögen und so weiter. Und mit Blutopfern kann man zusätzlich oder am Ende dann halt auch die Fähigkeiten des Charakters verbessern. Mal schauen, ich habe bis jetzt von dem Spiel noch nichts gehört. Es sieht augenscheinlich aus, so ein bisschen nach einem Hack-and-Slay-Spiel, Action-Rollenspiel halt, mit der Schrägsicht. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißt, aber ich bin gespannt drauf. Ich stehe auf so welche Spiele. Mal schauen, Calypso ist eigentlich auch ein guter Publisher und ein guter Entwickler. Ja, deswegen mal sehen. Anfang 2017 werden wir dazu mehr wissen. Mal gucken, ob dann zwischendurch noch was kommt. Auf jeden Fall erstmal im Hinterkopf behalten. Hearthstone, die nächste News. Und zwar wird in der nächsten, wahrscheinlich in der kommenden Woche die neueste Erweiterung von Hearthstone enthüllt. Denn es wurde eine Grafik veröffentlicht von Blizzard, die besagt, dass wohl am 29. Juli um 8 Uhr morgens ein Stream auf Twitch veranstaltet wird, in dem Hearthstone im Mittelpunkt steht. Und zwar des Weiteren noch übersetzt steht dort, haltet euch bereit, denn das unvergessliche Abenteuer steht kurz bevor. Ähm, es wird wahrscheinlich eine neue Erweiterung angekündigt oder gezeigt in dem Stream am 29. Juli um 8 Uhr morgens auf Twitch. Mal schauen. Ich bin gespannt. Hearthstone spiele ich ja immer noch zwischendurch. Ähm, immer mal wieder. Ähm, mal gucken. Am 29. Juli wissen wir wahrscheinlich mehr. CosX 3 hat einen Release-Termin bekommen. Und zwar ist das der 20. September 2016. Dies wurde von GSC GameWorld verkündet. Wird exklusiv für den PC in den Handel kommen. Der Titel soll die 17. die Schlachten des 17. und 18. Jahrhunderts in den Mittelpunkt stellen. Und dabei über 10. oder bis zu 10.000 Soldaten gleichzeitig aufs Schlachtfeld schicken. Ist es heutzutage eigentlich normal. Ist bei Total War ja auch so üblich. CosX 3 ist der Remake des Klassikers aus dem Jahr 2000. Also CosX. Wird natürlich in den zeitgemäßen 3D-Dafriken, Grafiken kommen und so weiter. CosX 3 wird davon handeln, dass man den Bau von Siedlungen vorantreibt, Verarbeitung von Rohstoffen und natürlich mit zahlreichen Einheiten, Nah- und Fernkampfeinheiten. Und der Einfluss der Landschaft soll auch eine Rolle spielen. Und dadurch dann halt sehr viele taktische Möglichkeiten benutzt werden können. Und ja, die Entwickler versprechen noch realistische Physikberechnungen für Kanonenkugel und Geschosse zum Beispiel. Da bleibt abzuwarten, was das bedeutet. Weil bei Total War mit den Berechnungen der Pfeile und so weiter ist das ja nicht so gut gewesen, performance-technisch. Das wurde ja bei Total War immer ein bisschen wieder zurückgedreht, dass sie nicht alle einzeln berechnet werden. Mal sehen, wie es wird. Also auf jeden Fall bei CosX 3 der Umfang beinhaltet 12 Nationen, 70 unterschiedliche Truppen, Typen, 100 Forschungsmöglichkeiten und mehr als 140 historische Gebäude. Man kann an Land kämpfen, man kann auch auf dem Seeweg kämpfen. Und natürlich beinhaltet CosX 3 auch eine Singleplayer-Kampagne, sowie auch einen Multiplayer-Modus mit bis zu sieben weiteren Spielern, also bis zu acht Spielern. Zufällige generierte Karten sind auch dabei. Trials of the Blood Dragon. Ich habe mich jetzt noch entschieden, noch eine News mit reinzunehmen, da ich das ja am Anfang nicht gesagt habe. Die habe ich aber gerade gelesen. Und zwar kann man die Demo von Trials of the Blood Dragon runterladen. Und wenn man die mit maximal 15 Fehlversuchen meistert, kann man im Anschluss die Vollversion spielen, ohne sie zu bezahlen. Das habe ich gedacht, das ist eine News wert. Wer Trials mag, sollte es sich vielleicht mal angucken. Wie gesagt, mit 15 oder weniger Fehlern müsst ihr die Demo beenden. Dann kriegt ihr die Vollversion für kein Geld. Bis zum 31. Juli gilt das. Kommen wir zur Release-Liste von dieser Woche. Anfang macht das Spiel I Am Set Suna. Das Spiel kam am 19. Juli raus. Diese Woche hat eine Wert von 73 auf Meta-Kritik gekriegt. In dem Spiel, das ein Rollenspiel darstellt, ein RPG, um genau zu sein. Das Spiel folgt der Erzählung von Setsuna, eine Jungfrau von unglaublicher innerer Stärke, die sich auf einer Reise der Aufopferung begibt, um die Menschen ihrer Heimat zu retten. Es ist ein Rollenspiel von Square Enix. Und zwar aus dem Square Enix-Studio Tokyo RPG Factory. Mal schauen. Das nächste Spiel ist Zombie Night Terror. Ähm, kam am... Moment. Hallo? Hallo? Danke. Sehr schön. Kam am 20. Juli raus. Hat eine Kritik von 83 auf Meta-Kritik gerichtet. Also Punkte. In dem Spiel geht es um die spannendste Nacht deines Lebens. Seltsam ist es geschehen, dass die Leute zu blundrückend wandelnden Leichen geworden sind. Die Untoten, die hungrigen Untoten führst du an. Du musst die Pandemie verbreiten und die Menschheit auslöschen. Keine Ahnung. 40 Level gibt es auf jeden Fall. Das Spiel sieht im ersten Blick natürlich jetzt nicht so geil aus. Aber ich weiß nicht, wie es ist. Könnt ihr ja meine Kommentare schreiben. Vielleicht kennt es ja jemand. Ich weiß es nicht. Sieht nicht schlecht aus. Vielleicht gucke ich es mir tatsächlich mal an. Mal schauen. Nächstes Spiel ist... Human Fall Flat. Kam auch diese Woche raus. Und zwar am 22. Juli. Hat eine Kritik von 69 gekriegt. In dem Spiel geht es um Bob. Ein ganz normaler Mensch ohne Superkräfte. Und der kann sich an allen möglichen Sachen festhalten. Und ich glaube durch die Gegend schwingen. Und man muss gewisse Herausforderungen bewerkstelligen. So, das Spiel, wie gesagt, kam am 22. Juli raus. Als nächstes kommt noch, last but not least, in der Liste mit den Bildern. Starbound kam auch diese Woche raus. Aus dem Early Access am 22. Juli kam es raus. Starbound, wer es nicht kennt, ist jetzt ziemlich lange im Early Access gewesen. Ist ein Spiel... Ja, ich würde jetzt sagen, wie Terraria, wer es kennt. Ist ein 2D-Spiel. Von der Seite sieht man es. Dort kann man richtig viele Sachen machen. Richtig viel craften. Gebäude bauen. Exploren. Bosse besiegen. Ach, whatever. Man kann eigentlich fast alles da machen. Müsst ihr euch echt mal angucken. Ist jetzt auf jeden Fall offiziell released. Auf Steam ist es erhältlich. Bis weiter, dann habe ich mir noch auf die Liste geschrieben. Es kamen diese Woche ein paar Updates. Zum Beispiel kam ein Overwatch-Update raus, wo die Heldin Anna freigeschaltet wurde. Oder Anna. Dann kam von Evolve ein Update, wo ein neuer Charakter freigeschaltet wurde. Von Anno2205 ist das DLC Orbit erschienen diese Woche. Von Sims 4 ist das Gartenspaßpaket erschienen. Das sind die 4 Sachen, die ich noch so nebenbei aufgeschnappt habe an DLCs oder Updates. Die kamen. Es kamen natürlich noch viel mehr Spiele. Wisst ihr ja, wie immer. Ich lese mal ein paar vor. World of Undead. Dropship Down. Puzzle Blocks. Red is Dead. Sky to Fly. Rogue Fighter. Defend Your Crypt. Death Road to Canada. Dream Break. Extra gab es Vaganza Racing. Demon Hunter 2. Was gab es noch so? Geo Fall. Bohemian Killing. Slap Village. Hört sich auch toll an. Bad Reds Show. Naruto Online steht hier zum Beispiel auch dran. Am 20. Juli. Obwohl es das schon länger gibt. Kann sein, dass es jetzt sogar erst verfügbar ist. Brain Bread 2. Clock Simulator. Fluffy. Date in the Park. Ten Second Ninja X. Keine Ahnung. Die meisten Spiele sagen mir davon tatsächlich nichts. Das sind wahrscheinlich auch so. Ja, so Indie Games. Die so nehmen so Gelegenheitsspiel mäßig. Meistens wahrscheinlich. Größtenteils. Aber ich lese trotzdem mal ein paar davon vor. Weil, wie gesagt. Die sind auch erschienen. Was soll's. Dann gibt es noch Stars. My Own Pet. Book of Merlin. Earth Defense Force 4.1 kam raus. Shadowland. Doodler. Achso, das sind schon wieder vorher. Egal. Das solltet ihr dann erstmal gewesen sein von den Releases. Und zum Schluss würde ich noch sagen, dass wir... Jetzt habe ich die Bilder verkackt. Egal. Zum Schluss würde ich noch sagen. Ich sehe, es kommt bei euch gut an. Diese Gaming News. Ich würde mich auf jeden Fall um ein Däumchen freuen. Und wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch die Gaming News wieder gefallen haben, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Und wir sehen uns bei den nächsten Gaming News. Tschüssingen.